Wie lange ist die Laufzeit eines Mini-Futures? Die Laufzeit eines Mini-Futures ist grundsätzlich unbegrenzt. Er hat also keine wie bei anderen Optionsscheinen und Zertifikate festgelegte und begrenzte Laufzeit. Aber wenn einmal während der in den Angebotsbedingungen definierten Handelszeiten der zugrunde liegende Basiswert, also etwa die Lichtan AG, die Stop-Loss-Marke erreicht, und bei einem Mini-Future Long unterschreitet bzw. bei einem Mini-Future Short überschreitet, so endet die Laufzeit sofort. Und das unabhängig davon, ob sich der Kurs der Aktie der Lichtan AG danach über oder unterhalb der Stop-Loss-Schwelle weiterentwickelt. Darüber hinaus hat der Käufer eines Mini-Futures ein Ausübungsrecht und die Imitantin wiederum ein Kündigungsrecht. In beiden Fällen endet die Laufzeit sofort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020